Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen bei time2do.ch. Ich freue mich, dass Sie heute wieder da sind. Bei mir heute zu Gast ein sehr gern gesehener Gast, einer, den ich gerne jede Woche einmal da hätte, wenn er nicht selber auch so beschäftigt wäre. Herzlich willkommen, Prof. Dr. Michael Vogt. Lieber Norbert, danke für die Einladung. Michael, schön, dass du mal wieder die Zeit gefunden hast, zu uns zu kommen. Wir könnten ja immer so 6-Stunden-Sendungen machen mit den vielen Thematiken. Wir haben uns heute so ein Hauptthema ausgesucht, Ukraine. Da ist ja viel darüber zu sagen, aber wir hatten uns auch im Vorgespräch kurz unterhalten, Thema Flugzeugabsturz in den französischen Alpen. Jetzt haben wir ja wieder so einen Anlass. Ich sage immer, ich gucke schon gar nicht mehr hin, wenn solche Anlässe sind. Schon heißt es morgen wieder, wenn ich was anderes sagen muss, ach, wieder die Verschwörungstheoretiker. Aber ich habe jetzt Aussagen bekommen von Piloten, die auch einer war selbst bei einem Absturz involviert, aber als Überlebender natürlich. Und die haben alle auch viele Bilder im Vergleich gesehen und kannten das Szenario, wenn ein Flugzeug abstürzt. Und da gibt es so ein paar wirklich Seltsamheiten drin. Zum Beispiel, was jeder, der Flugunfälle schon mal aufgenommen hat, sagt, diese vielen kleinen Trümmer, die deuten hin, dass eine Explosion vorausging. Und das ist ein Fakt. Und dann diese ganzen unbestätigten Dinge. Aber du hast ja auch viele Informationen. Wie siehst du die Thematik denn? Also es ist so ein Beispiel, bei dem man sich wieder einmal wundert, warum in der allerersten Sekunde und von der allerersten Sekunde angelogen wird. Als die Maschine abgestürzt ist und es überhaupt noch keine Untersuchung gab, es gab überhaupt noch keine Erkenntnisse, hat die Bundesregierung erklärt, es liegt kein Terrorakt vor. Das ist dummes Zeug. Entweder ich habe Erkenntnisse darüber, was passiert ist, was im Falle eines Unglücksfalls nicht der Fall sein konnte, weil ich dann erst mal hin muss. Aber sofort zu erklären, was es nicht sei, ist völlig unsinnig und ohne jegliche Fakten. Und so geht es dann weiter. Es ist gelogen worden wegen der begleitenden Mirage-Flugzeuge. Da ist dann die entsprechende Internetseite gefälscht worden. Wir haben es bei uns auf der Seite einmal mit Mirage-Begleitung, Begleitung einmal ohne. Also hier wird manipuliert, was die Fakten betrifft. Es gab Unklarheiten mit der Stimmanalyse, nachdem man erst ganz lang den Rekorder nicht gefunden hat. Jetzt stimmt irgendwas mit der Stimmanalyse, ist da ungeklärt. Es gab eine bewusste Falschmeldung aus den USA von einer Seite, die möglicherweise den konkreten Job hat, die alternativen Medien zu diskreditieren. Diese amerikanische Seite hatte sich hingestellt und gesagt, der Pilot sei in Barcelona im Kofferraum eines Autos gefunden worden. Das kam sogar über einige Presseticker. Die Meldung habe ich auch gesehen. Und das war dann insofern lustig, als der unerträgliche Herr Fleischhauer vom Spiegel, einer jener Mainstream-Journalisten, die dann wirklich weinerlich in Spiegel Online sich hingestellt haben, wie schlimm doch die alternativen Medien seien und, und, und. Und, dass man da immer auf die armen Mainstream-Medien einprügelt, das dann als Beispiel nahm. Er hat bewusst gelogen, bewusst gefälscht und unterstellt hat, dass wir auf unserer Seite diese Meldung gebracht haben. Wir haben sie gebracht als Fake. Wir haben den Zusatz gebracht. Diese Meldung ist falsch und soll eigentlich nur die Szenen in die Irre führen und hat mit der Wahrheit nichts zu tun. Er hat genau das Gegenteil behauptet. So eine kleine Geschichte am Rande. Dann hörst du, du hast angesprochen, dieses Atomisieren des Flugzeuges, was etwas ist, was sehr ungewöhnlich ist. Diese Spielchen hatten wir schon bei 9-11, als vom Pentagon auch, also die Teile alle hier in unsere Gläser gepasst haben, die man dann da eingesammelt hat. Und das angeblich eine Boeing gewesen sein soll. Das ist schon sehr komisch. Und eine der groteskesten Geschichten als Beweis für den Selbstmord, oder den geplanten Selbstmord des Piloten wurde dann behauptet, er sei alleine in dem Cockpit gewesen. Und der eigentliche Pilot, der musste eben auf Toilette und ist dann nicht wieder in die Kabine reingekommen. Wenn ich bei Airbus auf die Seite gebe, gibt es ein Safety-Emergency-Video, was exakt beschreibt, wie ich von außen mit einem Safety-Code, Notcode irgendwie, Notcode in die Kabine reinkomme, ein Zeitfenster von 5 Sekunden habe und dann drin bin, dass der jetzt von außen an die Türe klopft und einen riesen Rabatz macht und dann verzweifelt zuguckt, wie der Ding acht Minuten im Sinkflug, so die Theorie vor die Bergwand knallt, ist auch eine Sache, die eben entweder der Code, den gibt es, das sagt der Hersteller selber, oder er konnte aus irgendeinem Grund in diesem Fall nicht betätigt werden, dann haben wir eine ganz andere Situation. Und dann, Norbert, wie abgebrüht muss ein 27-jähriger Selbstmörder, der gleichzeitig 160 Leute, die hinten im Flugzeug drin sind, mit umbringt sein, wenn der, und das ist ja nun unendlich oft behauptet worden, gleichmäßig atmend am Cockpit sitzt und acht Minuten in den Tod sinkt. Dass da kein Herzschlag sich erhöht, dass der Atem schneller geht, dass kein Adrenalin ausgestoßen wird, dass es ein völlig gleichmäßiges Atmen diese ganze Zeit über gibt, ist einfach Blödsinn. Es sei denn, der Betroffene ist ohnmächtig und... Oder im anderen Zustand, der ihn handlungsunfähig macht. Richtig. Also, wir wissen leider noch viel zu wenig. Was wir wieder mal wissen ist, dass die Informationen von Politik, Hersteller und Mainstream-Medien von Anfang an schief sind, falsch sind, gelogen sind, das ist wieder mal dasselbe. Und das, was dann so witzig ist und was die Klammer uns aufmachen lässt, es mag irgendwelche Gründe geben, wahrscheinlich kommt das auch irgendwann raus, warum diese Maschine wirklich runtergegangen ist. Aber wie die Politik auf solche Ereignisse reagiert, das ist dann in der Tat spannend. Und da gibt es einen roten Faden. Wenn ich an Winnenden denke und diesen Pseudo-Amoklauf eines Schülers, inzwischen wissen wir, dass es einen Profikiller gegeben hat, als einen zweiten Täter, der dann auch rechtzeitig den Schüler liquidiert hat. Das Video ist ja genau, was man dann zeigt, ist ja genau um die Sequenz, wo er erschossen wird, ist es gekürzt veröffentlicht worden. Und dann, seltsamerweise, die Täter sind dann nachher immer, die angeblichen Täter sind ja Gott sei Dank immer nachher tot. Da haben wir die Waffengesetzgebung verschärft. Wir haben bei der NSU-Geschichte und diesem sogenannten nationalsozialistischen Untergrund, auch da sind Gott sei Dank, die beiden Haupttäter haben sich ja gegenseitig den Kopf weggeschossen, sodass also auch hier niemand was sagen kann, ist die politische Szene in der BRD verändert worden, in dem hier Pseudo-Gruppierungen aufgebaut wurden, die den Staat bedrohen. Wir haben nach Charlie Hebdo eine, wo auch nichts stimmt von dem, was erzählt wird, haben wir eine ganz interessante Entwicklung, das jetzt plötzlich vorgelegt wurde, dass eine Verschärfung bzw. eine Implementierung der Möglichkeit den Personalausweis, der in der BRD, den mehr Leute haben als den Pass, der an sich als Ausweis wichtiger ist, im Sinne des Systems, entzogen werden kann. Also wir kriegen langsam wirklich den Zustand, dass wir in der BRD dieses Land nicht mehr verlassen können. Es gleicht sich immer mehr den Zuständen der DDR an. Und der nächste Punkt in diese Richtung, das war jetzt die Reaktion auf die German Wings-Geschichte ist, dass überlegt und vorbereitet wird, das Gebot der ärztlichen Schweigepflicht aufzuheben, denn dieser Pilot habe ja seine Krankheit, seine Depression und sogar seine Krankmeldung dem Arbeitgeber nicht mitgeteilt. Und es müsse also jetzt dann auch möglich sein, um solche Dinge künftig zu verhindern, dass der Arbeitgeber oder der Staat direkten Zugriff auf eine Krankenakte hat. Also es geht immer, all diese ganzen Punkte ist die D-Zugfahrt nach dem Willen der Herrschenden in eine Diktatur, in eine faschistoide Entwicklung. Brüssel oder Berlin gleichermaßen, all diese Dinge werden genutzt, um die Freiheit hier und da und da immer stärker einzuschränken. Seltsamerweise, wenn ich da gerade anfügen darf, Du kennst die gesamte Situation um TTIP herum. Ja. Was hat Demokratie für einen Wert, wenn Dinge, die alle Menschen betreffen, nicht mal Politiker einsehen dürfen, weil die Amerikaner bestimmen, dass nur einzelne Politiker nach vorhergehenden Ankündigungen so eine gewisse Anfallzahl von Seiten nur lesen dürfen und wenn sie so kopieren, werden Stellen geschwärzt. Das muss man sich vorstellen. Das nennt man Demokratie. Da geht es darum, ihre Rechte als Verbraucher, ihre Rechte als Bürger werden da massivst verletzt und eingeschränkt. Das nennt sich Demokratie. Der Michael hat es gerade gesagt, Charlie Hebdo war die größte Farce, die ich in meinem Leben gesehen habe. Und wie gesagt, da müssen sich die Mainstream-Medien einfach scheltegefallen lassen, denn sie sind willfähige Helfer von Verbreitung von irgendwelchem Unsinn. Und wenn sie sich dann noch hinstellen und dagegen sich beschweren, dass sie als Lügenpresse bezeichnet werden, na mei, was man sich selbst eingießt, muss man auch auslöffeln. Das ist das berühmte Glashaus, in dem Herr Fleischhauer sitzt mit seinem Spiegel und andere Medien natürlich ganz genauso. Sie müssen sich nicht wundern, dass die Menschen Ihnen kein Stück Brot mehr abnehmen und Ihnen nichts mehr glauben, wenn einfach diese spürbar, also das ist ja, ich muss ja gar kein Experte sein. Ich brauche ja bei dem Punkt mit dem gleichmäßigen Atem, brauche ich ja wirklich nur völlig normalen, gesunden, einfachen Menschenverstand, um mir vorzustellen, dass ich einem solchen irrsinnigen Stress, ich habe noch acht, neun Minuten zu leben, dann bin ich kaputt und tot, zerschmettert, nicht irgendwie mit einer Spritze, sondern ich knalle vor eine Bergwand und ich bin verantwortlich für 160 Leute hinter mir auch noch. Und da muss ich ganz ruhig bleiben, atme entspannt durch und warte das Ende ab. Wer sowas glaubt. Ne, und allein schon, wenn du die Krankengeschichte siehst, dann ist der junge Mann ja ein bisschen labil gewesen und ein bisschen aus seiner Mitte heraus in diesem Thema depressiv zu sein. Und wer Leute kennt, die Depressionen haben, wenn die in so Situationen kommen, die werden panisch. Die fangen richtig an, da macht der Herzschlag 190, Vollgas und so weiter. Ein anderer Punkt, der mir bei diesen ganzen Flugzeugunglügen, wenn ich da anfange, MH370, MH17 und wie es weitergeht, immer wieder durch den Kopf geht. Ich wüsste immer mal gern, wer in der Maschine war. Das ist bei der, auch da, ein ganz lieber gemeinsamer Kollege von uns und Freund, der Wolfgang Eckert, ist dieser Frage nachgegangen und hat geguckt, wie in der German Wings, was da diese Personen betraf. Und ein zweiter, der sich um diese Frage kam, ist Harald Kauzweller. Die haben genau hingeguckt und auch da, es ist vielleicht jetzt im Augenblick wirklich bei dem Punkt noch was früh, zu sagen, das könnte wirklich der Grund sein. Aber es saßen, so viel will ich mal sagen, interessante Personen da drin, die gestört haben. Also auch das ist etwas, was bei der ersten malaysischen Maschine hundertprozentig der Fall gewesen ist. Die Raketeningenieure, die an Bord waren. Bei der zweiten wissen wir ja bis heute nicht so wirklich, was Sache ist. Und auch die, das war dann jetzt eine ganz andere Situation. Und damit sind wir dann auch bei Ukraine und Krim. In dem ging es ja mit der MH17 darum, einen Anlass zu finden, um endlich kriegerisch, militärisch den Westen auf Linie zu bringen gegen Russland. Das war das. Genau. Und man wollte ja auch da im Prinzip den Beweis erbringen, dass die bösen Russen, weil sie nur über diese seltsamen Raketen-Dings da Abwehr verfügen, dass sie das Flugzeug abgeschossen hätten. Das ist aber inzwischen widerlegt. Ja, hundertprozentig widerlegt. Also das ist jetzt wirklich, Peter Heisenko hat da einen Flugkapitän und jemand, der in dem Bereich von Anfang an eine sehr stabile und solide Theorie, die ist jetzt offiziell bestätigt. Also die Maschine ist von der ukrainischen Armee aus der Luft abgeschossen, von Fliegern abgeschossen worden. Die gesamten Beschädigungen schließen eine Buk-Rakete, also eine Boden-Luft-Rakete, die man, davon hatten die sogenannten Rebellen, eine einzige. Es wäre der erste Schuss, der erste Treffer gewesen. Aber lassen wir das mal beiseite. Es ist völlig klar, es ist eine Situation, wo die Zerstörung, die du an dem Flugzeug und an dem Rumpf feststellen konntest, nichts mit einem Bodenverletzung oder einem Bodengeschoss zu tun haben. Sie ist aus der Luft abgeschossen worden. Einer der Piloten oder einer der, ja, aus der Staffel, die diese Maschine abgeschossen haben, erst angeschossen haben und dann möglicherweise festgestellt haben, das hat er nämlich im O-Ton gesagt, verdammt, es ist die falsche Maschine, haben dann das Mordwerk zu Ende gebracht, weil sie natürlich nicht unbedingt wollten, dass es dann irgendwelche Zeugen gegeben hätte, die mitbekommen haben, dass es eben hier eine ukrainische Maschine war, die hier, oder Maschinen war, die geschossen hat. Und damit haben sie dann das angeschossene Flugzeug, was noch die Menschen, lassen wir mal die offizielle Lesart, hätten auch sicher runterbringen können, wenn auch verletzt und beschädigt, haben sie das Werk zu Ende gebracht, damit eben genau diese Zeugenaussage nicht möglich war. Und die ganz hohe Wahrscheinlichkeit und so eine im Prinzip Terroristin wie die ehemalige ukrainische Ministerpräsidentin Timo Schenko hat das ja auch angekündigt, dass sie am liebsten mit der Kalaschnikov Putin den Kopf wegschießen wollte, in der Maschine, die nur wenige hundert Kilometer entfernt geflogen ist, saß nämlich Putin. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es um die Maschine ging und nicht um die MH17, ist zumindest sehr groß. Das ist aber jetzt Spekulation. Das, was klar ist, die MH17 ist aus der Luft von der ukrainischen Luftwaffe abgeschossen worden und damit ist das Thema erledigt und durch. Und hat dann auch nicht getaugt, um hier als, es gab ja die ersten Stimmen da von den USA, das ist das zweite 9-11, jetzt muss also dem Putin das Handwerk gelegt werden, eben so ein Schmierblatt wie der Spiegel hat dann Putin stoppen, also richtig Hasskampagne. Ja, das sind halt einfach Lautsprecher von irgendwelchen leise Flüsterern im Hintergrund, hat aber mit meinen Augen mit Journalismus nichts zu tun. Gar nichts mehr. Da bin ich Sprachrohr, dann soll ich da gleich hinschreiben, ich bin Sprecher der Bundesregierung, da weiß doch jeder was, was Sachen ist. Ja, ja, NATO-PR auch gar nicht. Ja, gut, ist doch nicht negativ, aber dann weiß jeder zumindest, wo die Stimme herkommt. Richtig, richtig. Dann kann ich mir aber als Bürger auch überlegen, muss ich mir jetzt Woche für Woche die NATO-PR reinziehen oder gebe ich das Geld für ein leckeres Gläschen Rotwein aus? Genau. Beispielsweise. Und da, wir haben ja gerade diese Thematik Ukraine, was auch wahnsinnig verwirrend war. Ich habe Bilder bekommen und Aussagen von Journalisten, die vor Ort waren. Und ein Punkt ist mir wahnsinnig im Kopf, und zwar diese Fotos von den angeblichen Leichen. Und das waren alles asiatische Leichen. Und die haben nicht mehr geblutet. Und das in der Ukraine. Und dann gab es diese Aussage von einem, der mit diesem Ärzteteam vor Ort war, der dann gesagt hat, alle die, die hier liegen, sind schon wochenlang tot. Das können unmöglich die gewesen sein, die in dem Flugzeug gesessen sind. Dann gab es eine zweite Aussage, dass MH17 gar nie gestartet wäre. Der Flug war gecancelt. Genau, sondern dass die 370 quasi die 17 dargestellt hat. Und da die Toten drin waren aus der Geschichte da im indischen Ozean. Die dann einfach entsorgt wurden. Und die Mühle musste man ja auch loswerden. Und die kann sich nicht irgendwo einfach verschwinden lassen. Also, so wie du das sagst, und ich finde das gut, weil es ein Zynismus der Verzweiflung ist, der da rauskommt, wie hier mit Menschen, mit Wahrheit, mit Menschenleben, wie mit dem Schicksal von Nationen, die Ukraine wird gerade geschlachtet, vom Westen geschlachtet, umgegangen wird. Und wie wir uns in dieser Welt daran gewöhnt haben, das auch noch moralisch gut zu finden. Ja, das fasziniert mich auch immer. Irak ist, ob der mit Lügen der Krieg begonnen hat, ob das Afghanistan ist, ob das Libyen ist, ob das die sogenannten Arabischer Frühling ist, ob das eine absolut kriminelle Figur wie Saakashvili in Georgien gewesen ist, der jetzt in Georgien wegen Hochverrats zur Fahndung ausgesetzt wird. Was ihn aber ausgesetzt ist, was ihn aber auch ganz offensichtlich dazu befähigt, Ängster in fast Ministerrang, Berater der neuen Putschistenregierung in Kiew zu sein. Da ist ja der Saakashvili jetzt ganz oben aufgehangen, also nicht aufgehangen, sondern positioniert worden. Das ist ja unfassbar. Also du hast all dieser unglaubliche Zynismus, der hier eine Blutspur seitens des Westen, Kosovo, Bosnien, was dort mit den Serben passiert ist, unvorstellbar, wo man einfach nur noch sprachlos ist. Und der Westen macht bei all den ganzen Geschichten unter der Führung der USA, beziehungsweise der Drahtzieher in den USA, gnadenlos mit. Wir sind bei der ganzen Sache mit schuldig. Das muss man auch sagen. Ein Kohl, ein Schröder, eine Merkel verstoßen gegen internationales Völkerrecht. Es hat jetzt ganz jüngst gegeben eine Anhörung in der UN-Menschenrechtskonvention, in der auch ein hervorragender Wissenschaftler aus den Vereinigten Staaten, der dort als Gutachter tätig war, Prof. Dr. Dr. Alfred Isaias hier aus Genf, der jetzt hier in der Schweiz lebt, und der das auch dann nochmal zusammengefasst hat, das, was der Westen mit Sanktionen, internationalen Sanktionen macht, das hat auch diese UN-Menschenrechtskonventions-Arbeitsgemeinschaft festgestellt, ist völkerrechtswidrig. Es ist eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines Landes. Es führt zu massiven Gefährdungen von Leib und Leben, wenn es um Blockaden geht, Wasserblockade, Nahrungsmittelblockade und, und, und. Also es ist eine krass völkerrechtswidrige Angelegenheit. Und all die Täter, Merkel beispielsweise, die bei diesen Geschichten mitmachen, sind mitschuldig, sind Mittäter an diesen Entwicklungen. Was wir im Augenblick tun, Russland gegenüber, als Blockade, ist nicht nur nicht moralisch nicht gerechtfertigt, sondern es ist völkerrechtswidrig. Und all die Dinge werden in unseren Medien, in unseren sogenannten Qualitätsmedien, komplett ausgeblendet und finden dort überhaupt nicht statt. Wenn ich das Ganze zurückblättere und schaue mir die Menschen an, die jeden Tag ihre Freizeit vor den Medien verbringen, Fernsehen, die Zeitschriften, Zeitungen lesen, Radio hören und so weiter. Und wenn man ein bisschen in die Geschichte zurückgeht, ich meine, du und ich, wir waren auch mal in der Spur und haben das vertreten, dass das, was in den Nachrichten gesagt wird, dass wir davon ausgehen können, dass es die Wahrheit ist. Weil wir, so wie es eigentlich presserechtlich mal vorgesehen war, in einem Pressekodex drinsteht, der Journalist darf nur das, was er persönlich recherchiert und wahrheitsgemäß rüberbringen kann, was seine Meinung ist, muss eindeutig als seine Meinung gekennzeichnet sein. So wissen wir das ja alle, wie es sein soll. Jetzt gucke ich hin und sehe einfach eine Entwicklung. Und das ist ja das, was leider an den Menschen vorbeigeht. Sie verstehen nicht, dass es nicht mehr eine freie Presse gibt, sondern Medienkonzerne. Und das ist ein Unterschied, ein Riesenunterschied. Ich sage, eine freie Presse, die muss sich nur selbst finanzieren. Das heißt, die Zeitung muss so viel Anzeige verkaufen und so viel Blättchen verkaufen, dass sie im Prinzip ihre Kosten tragen kann. Dann kann sie frei bleiben, weil dann ist sie ein Gebilde, was in sich funktioniert. In dem Moment, wo Konzerne sich an Zeitungen und Medienverlagen beteiligen, ist die Presse nicht mehr frei, kann sie gar nicht mehr sein. Wenn jetzt von deinem Unternehmen 20% irgendeinem Konzern mit klangendem Namen halten würde und du würdest morgen einen Artikel veröffentlichen wollen oder eine Sendung produzieren wollen, wo es um eine Situation geht, wo der Konzern halt was gemacht hat, was nicht so toll ist, bin ich mir sicher, würden sie dir untersagen. Ich meine, wie du reagieren würdest, weiß ich. Aber der Normalredakteur würde einknicken und würde sagen, oh, sorry, sorry, okay, Ratsch, Papierkorb, dann bringen wir, was weiß ich, das Blühen der Sonnenblumen am Himalaya oder irgendwas. Und da liegt... Bestes Beispiel, wir haben gerade kurz darüber gesprochen, nur ein wunderschönes Beispiel aus gut unterrichteten Quellen, wie es so schön heißt, konnte man auch bei uns auf der Seite nachlesen, Peter Halsenko, großartiger Journalist, recherchiert und erfahren, dass der Bayerische Rundfunk in der Frage dieses Abschusses der MH17 und der parallelen, offensichtlich möglicherweise gemeinten Putin-Maschine zum selben Ergebnis kam, Punkt, und durfte es nicht senden. Das ist die Situation heute. Es ist allerdings, ehrlicherweise, Norbert, vielleicht, da wir sitzen hier in der Schweiz, da ist die Situation und die Welt auch eine andere. Auch in Österreich ist sie eine andere. Wir haben in der BAD Lizenzpressen gehabt von Anfang an. Das heißt, die Siegermächte haben dem Herrn Augstein und dem Herrn Nannen und anderen Figuren und dem Herrn Springer die Lizenz gegeben, um eine Zeitung zu machen, die von Anfang an, oder einen Zeitungskonzern aufzubauen, die von Anfang an nie frei war. Und wenn du beim Springer unterschreibst, dass du dort einen Arbeitsvertrag, musstest du von Anfang an unterschreiben, dass du keine anti-amerikanischen und keine anti-israelischen Dinge in der Zeitung oder in dem Medium oder in der Hör zu oder wem, was alles zu Springer gehört, publizieren darfst. Das heißt, du hast mit dem Arbeitsvertrag schon die journalistisch prostituiert, von Anfang an. Und das ist etwas, was eine... Was Kollegen hier offenlegen, Hörstl, Lufkonten, wie sie alle heißen. Das ist ja alles kein Geheimnis mehr. Nur das zeigt, dass ein Journalist, der frei recherchiert zu einem US-kritischen Thema kommt und Ergebnis kommt, und das ist nicht so schwer in der heutigen Zeit, das ist eigentlich überhaupt noch nie schwer im letzten Jahrhundert gewesen, dass der das in der Welt nicht schreiben darf. Punkt. Er darf es nicht schreiben, weil es seinem Arbeitsvertrag widerspricht. Dazu hat er sich verpflichtet. Frei war, wir haben zwar im Grundgesetz die Pressefreiheit, aber eine freie Presse, die haben wir jetzt außerhalb des Mainstreams. Genau, genau. Und ich muss sagen, es begeistert mich, dass es immer wieder Menschen gibt und im Internet kann man tagtäglich verfolgen, wie viel Internet-TV-Sender, Internet-News, alle möglichen Formate entstehen, wo Menschen einfach sagen, wenn die uns schon nicht die Wahrheit berichten, dann berichten wir selbst. Hat natürlich den Nachteil für alle die, die schon älter sind und das Thema Internet nicht so nutzen können, wie wir das tun oder wie das die jüngere Generation tut. Aber dafür gibt es Formate wie Querdenken-TV, wie Bewusst-TV, wie Time-to-Do und andere, die das auch immer wieder über die Fernsehwelt bringen, nach zu Ihnen zu Hause. Wichtig ist für Sie, liebe Zuschauer, die kritische Einstellung zu allem, was so plötzlich als Katastrophe sofort klar ist, was da passiert ist und oh, die armen Menschen. Und wenn Sie die Nachrichten verfolgt haben zu dem Thema in den französischen Alpen, was wurde uns gezeigt? Eine Schulklasse und auch die armen Menschen. Natürlich sind es arme Menschen. Ich möchte auch nicht, dass meine Tochter morgen plötzlich aus dem Leben verschwindet durch ein Unglück. Aber Sie merken, was gemacht wird. Es wird immer so auf die Tränendrüse geguckt, dass der Mensch in einer Situation manipuliert wird, dass er gar nicht mehr nachschaut und gar nicht mehr dahinter gucken will. Er kriegt eine Erklärung, die ist einigermaßen schlüssig. Wer sich nicht beruflich damit beschäftigt, wird das Ganze annehmen. Damit ist der Deckel zu. Aber Unrecht wurde wieder mal verkauft. Und Unrecht wird wieder mal nicht an die Öffentlichkeit kommen. Und irgendwelche Menschen, die sich ihr Leben lang damit beschäftigen, die Wahrheit publik zu machen, haben wir den schwarzen Peter gezogen. Und so funktioniert das Spiel. Nur wir müssen es anfangen zu durchschauen. Wenn wir es anfangen zu durchschauen und einfach verstehen, dass eine Meldung, die so kommt, wir immer mal wieder die Aufgabe haben müssen, dahinter zu schauen und zu sagen, Moment mal, so viele Flugzeuge von dem Typ, jetzt fällt das einfach so runter. Kann doch nicht sein. Und dann einfach mal anfangen zu denken. Das ist ganz wichtig. Und das wünschen wir uns alle, dass wir wieder anfangen zu denken, dass wir uns wieder frei orientieren können. Und dass es noch viel mehr Formate gibt, die die Informationen so streuen, dass wir zu den Mainstream-Medien eine klassische Alternative haben. Wir sehen uns gleich wieder nach der Werbepause mit interessanten News noch zum Thema Ukraine von Michael Vogt. Bis gleich nach der Werbung. Timetodoshop.ch Hier finden Sie die Produkte der Gäste unserer Sendung. Nahrungsergänzungsmittel, CDs, DVDs, Bücher, Essenzen, Heilsteine, Bilder, Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Die Produkte unserer Gäste www.timetodoshop.ch oder Sie bestellen einfach per Bestellhotline. So, wir sind wieder zurück nach unserer kurzen Werbeunterbrechung. Bei mir heute im Studio Prof. Dr. Michael Vogt. Unser Thema, die Ungereimtheiten der Presse im Fall Ukraine. Natürlich haben wir auch etwas die Flugzeugkatastrophen da beleuchtet. Aber kommen wir nochmal zurück, Michael. Ukraine. Erstmal wissen ja die Menschen von den Mainstream-Medien, dass der böse Putin da alle aufwiegelt, dass die jetzt sich da von der Ukraine abtrennen wollen. Die Krim hat er sich auch unter den Nagel gerissen, obwohl sie ihm seit tausend Jahren sowieso gehört hat. Das ist schon ein anderes Thema. Und ein paar Szenen, die ich auch gezeigt habe, als ein amerikanischer General einem verwundeten ukrainischen Soldaten im Krankenhaus so eine Medaille überreichte, wo noch gar nicht was für ein Krieg war. Jeder muss sich doch jetzt mal wundern, was macht ein US-General mit vier Sterne auf der Schulter im ukrainischen Krankenhaus? Was hat er da zu suchen? Der gehört da gar nicht hin. Ich komme auf das Beispiel, das ist wundervoll, weil das in einer ganz wichtigen Rede von George Friedman aus aufgegriffen wurde. Aber vielleicht doch nochmal das Thema Krim. Die Krim ist, abgesehen davon, dass sie mehrheitlich immer russisch war. Immer. Urzeiten. Insofern einen im Übrigen auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion völkerrechtlichen Sonderstatus innerhalb der Ukraine inklusive Sezessionsrecht hatte. Es war, selbst wenn sie das nicht gehabt hätte, völkerrechtlich in Ordnung, dass eine Bevölkerung, die mehrheitlich russisch ist, sagen, wenn in Kiew selber der Mob gegen alles Russische und im Übrigen auch gegen alles Jüdische und Deutsche, das ist ja auch nie diskutiert worden, einfach tobt, dann machen wir uns auf der Krim einfach selbstständig, machen das vom Selbstbestimmungsrecht des Volkes Gebrauch. Der Putschisten-Ministerpräsident ist abgewählt worden, es ist ein Russe gewählt worden, alles ordentlich gewählt. Es hat eine saubere Selbstbestimmung, sauberes Referendum gegeben, das dem Selbstbestimmungsrecht Genüge geleistet hat. Und insofern ist es völkerrechtlich eine völlig entscheidende und völlig saubere Sache. Also, weißt du, als die Katalanen gesagt haben, wir wollen uns von Spanien lösen, hat der spanische Ministerpräsident gesagt, ihr könnt, die haben sogar abgestimmt, ihr könnt abstimmen bis zum jüngsten Gericht mit mir nicht. Da ist Selbstbestimmungsrecht ein Dreck wert. Die Basken, derselbe Situation. Den Südtirolern wird seit 100 Jahren das Selbstbestimmungsrecht ihrer Region, den Südtirol und den Deutschen in Südtirol verweigert. Wir haben das bei den Korsen, wir haben es bei den Schotten, wo massiv die Wahl gefälscht wurde, damit das Ergebnis gestimmt hat. Wir haben das bei den Iren. Irland ist gespalten durch britische, also durch englische Aggression. Also, wir müssen sich mal... Wir müssen wirklich mal im Westen die Kirche im Dorf lassen. Die EU ist nichts anderes als ein Völkergefängnis für bestimmte Nationen, die von ihrem Recht auf Selbstbestimmung und auf Freiheit eben nicht Gebrauch machen können. Und sich dann hinzustellen, ich meine, vielleicht ist das auch einer der Gründe, neben den geostrategischen, dass in dem Moment, in dem die Krim, die Russen auf der Krim, inklusive auch der Krim-Tataren, interessanterweise, gesagt haben, wir wollen weg von Kiew, und das dann auch umgesetzt wurde und auch durchgesetzt wurde, etwas war, was natürlich der EU und ihrer permanenten Verweigerung des Selbstbestimmungsrechts so richtig mal in den Spiegel vorgehalten hat. Also, die Krim als Ausgangspunkt. Warum die Krim? Ganz einfach, in Krim, auf der Krim ist die große Schwarzmeerflotte der russischen Armeen, in Sevastopol, disloziert, ein strategisch-militärisch ganz wichtiger Punkt. Es ist oberdreist, dort zu sagen, wir nehmen den Russen das weg, obwohl es russisch ist, nehmen das weg. Das alleine ist schon eine Art der Aggression gegenüber Russland. Und all die anderen Dinge, die dann gefolgt sind, gehen letztendlich in dieselbe Richtung. Man muss sagen, ganz ehrlich, wir können sehr, sehr froh sein, dass wir mit Putin einen so besonnenen und klugen und den friedenschützenden Präsidenten in Moskau an der entscheidenden Stelle der Macht dort haben. Wenn wir solche kranken Kriegstreiber wie McCain in Moskau hätten oder alte, letztendlich senile Figuren wie Brezhnev das gewesen ist, zumindest am Ende, oder Czernienko, auch in seiner KPTSU-Generalsekretärfunktion, wären die Seiten gegenseitig schon längst in den Dritten Weltkrieg eingestolpert. Also hier kann man nur sagen, Gott sei Dank gibt es Putin, der das bislang verhindert hat. Und auch all die, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, der für unsere Arbeit wichtig ist, die das Feld des Friedens besetzen und manifestieren in unseren, unsere Zuschauer, in unseren Medien, die ein ganz klares Nein zu Herrn Gauck und seiner Kriegshetze und Schäuble und von der Leyen und Merkel, die in dieselbe Richtung gehen, sagen und sagen, wir wollen eine friedliche und gute Nachbarschaft, mit Russland und wir wollen alles andere als nach den Erfahrungen des Ersten und vor allem des Zweiten Weltkrieges hier jetzt deutsche Panzer gegen Moskau rollen lassen. Also ein solcher Wahnsinn ist einfach nur... Ja, ich habe vorher den Namen Harvey Friedman erwähnt. Ja. Da gibt es ja auch ganz klare historische Aussagen, die er auch öffentlich wiederholt, wo er sagt, die einzigste Aufgabe, die wir haben als Amerikaner ist, zu verhindern, dass Deutschland und Russland sich vereinigen. Ja. Also George Friedman geht noch einen Schritt weiter. Er sagt in dieser berühmten Rede, die leider grottenschlecht übersetzt ist, die wir dann nochmal nachübersetzt haben. Und da sagt er ganz deutlich, wir haben, wir haben drei große Kriege geführt. Den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg und den Kalten Krieg, um ein Zusammengehen von Deutschland und Russland zu vermeiden. Also das, was hier so nebenbei ein amerikanischer Chef-Theoretiker, Think-Tank-Boss der amerikanischen Außen- und Sicherheits- und Strategiepolitik hier formuliert, ist ja mal so ganz nebenbei, dass er die ganzen Erklärungen, warum es den Ersten und Zweiten Weltkrieg mal eben in die Tonne kloppt und sagt, darum ging es gar nicht. Es ging um die Verhinderung des Bündnisses zwischen Moskau und Berlin. Absolut. Das ist die Aufgabe und das ist auch die Basis des amerikanischen Jahrhunderts. Und es gibt uns diese Rede und er sagt, übrigens du hast das vorhin angesprochen und ich wollte da nochmal drauf eingehen, weil das Beispiel so schön war, weil er sagt auch in dieser Rede, die Verteilung von Orden der amerikanischen Armee an Angehörige einer anderen Armee ist verboten. Das wissen die auch, es sei denn, diese Armee ist die eigene. Das heißt, nun hat die ukrainischen, amerikanischen Oberbefehlshaber, die ukrainische Armee, die jetzige, von den Putschisten eingesetzte. Er hat sowieso eine sehr bunte Regierung. Er hat sowieso eine sehr bunte Regierung, das ist richtig. Und der Oberbefehlshaber, wie gesagt, ist ein amerikanischer General. Also die Amerikaner betrachten ganz offensichtlich dieses Land und diese Soldaten als die Iren. Und das ist ja auch so ein Punkt, der völkerrechtlich spannend ist und passt natürlich in das, was Friedman dann formuliert, so schön rein. Er sagt, natürlich wissen die, dass das illegal ist. Wie gesagt, illegal oder es ist die eigene Bande oder die eigene Armee. Und das macht deutlich, dass die Amerikaner beziehungsweise die Drahtzieher, man muss immer, das will ich auch nochmal deutlich sagen, der einzelne amerikanische Bürger hat mit den Machenschaften dieser Administration nicht das Geringste zu tun. Das sage ich auch immer so. Das ist ganz wichtig. Man muss sagen, es geht nicht um den einzelnen Ami, der ist genauso lieb und nett und gut oder auch fehlerhaft wie der einzelne deutsche Schweizer Österreicher. Wie deutsche Schweizer Österreicher, die alle anderen haben. Völlig egal. Das ist gar nicht das Thema. Es geht um eine kriminelle Administration, die dahinter steht und die letztendlich den Job macht. Und da ist es völlig klar, dass wir hier eine Administration haben, die seit einem Jahrhundert die Welt malträtiert. Also wenn er das so locker sagt, zwei Weltkriege und den Kalten Krieg mit allem, was da dran hängt, dann jetzt die ganzen sonstigen bunten Revolutionen, Ukraine, Georgien, der arabische Frühling und so weiter. Wie viele Millionen von Menschen daran haben glauben müssen, aufgrund dieser Entwicklung, es wird verdammt Zeit, dass das eine amerikanische Jahrhundert auch wirklich das letzte war und nicht nur ein zweites hinten dran kommt. Aber da sind die Zeichen ja schon eindeutig. Neueste Geschichte aus dieser ganzen Entwicklung der BRIC-Staaten ist ja, dass China mit Unterstützung jetzt eine eigene Weltbank gegründet hat und dort, obwohl die Amerikaner stark dagegen waren, mittlerweile Deutschland und so sich auch daran beteiligt haben. Und es gibt eine Stimme, die gesagt hat, mit der Gründung dieser Bank wurde das Ende des Dollars eingeläutet. Also es ist der Weg, einen eigenen internationalen Weltwährungsfonds aufzubauen. Eine sehr interessant, eine Weltleitwährung, nicht mehr im Sinne einer im Prinzip dann am Ende nur noch mit Terrorismus und Staatsterrorismus umzusetzenden Dollarwährung, also nicht eine Leitwährung, die dann nur noch mit Leit mit D als Währung produziert, sondern das, was die BRIC-Staaten vorhaben, ist ein monetärer Verbund. Sehr viel bescheidener, sehr viel klüger, als zu sagen, das ist der Hubel jetzt, der löst den Dollar ab. Nein. Oder der Yuan. Weder das eine noch das andere ist in Peking oder Moskau vorgesehen und insofern ist das ein sehr guter Weg, hier wirklich Alternativen aufzubauen. Sie wollen, nachdem die CIA, den kompletten, oder die NSA kompletten Zugriff auf SWIFT und diese ganzen Banküberweisungen haben und jetzt ja im Augenblick dabei sind, auch so eine Sanktionsgeschichte, von der wir vorhin gesprochen haben, die Russen von diesen Möglichkeiten des internationalen Zahlungsverkehrs auszugrenzen, sagen die, dann machen wir das selber. Die Geschichte ist sowieso komplett NSA kontrolliert. Als das in Belgien gestartet wurde, war ja die Bedingung, dass die den Zugriff haben. Also wenn du heute, was ich was, deinem Bäcker für 15 Leib Brot, die du zum Einfrieren gekauft hast, da irgendeine Summe in Franken überweist, wissen, dass die NSA, bei welchem Bäcker du was, zu welchem Zeitpunkt, in welcher Größenordnung eingekauft hast, das ist völlig transparent. Also, machen die einen eigenen Weg. Ja, weißt du, ich hätte da ja nichts dagegen. Ich sage immer, ich bin der Mensch ohne Geheimnisse, kann jeder wissen, was ich auf dem Bankkonto habe, kann jeder wissen, bei welchem Bäcker ich einkaufe und bei welchem nicht. Wäre gar nicht mein Problem, wenn es andersrum auch so wäre. Ja, ja. Ja, klar. Leute, ich habe ja nichts dagegen. Wenn die Dinge offen wären. Genau. Wenn wir heute sagen... Wenn wir wussten, Herr Schäuble, seine veruntreuten Gelder, wie das wäre natürlich... In der Tat, wenn wir da mal die Zahlungswege, die ja bis heute ungeklärt sind, der 100.000, wenn wir das mal offenlegen könnten, da könnte jeder reingucken usw., das hätte ich, wie gesagt, das sehe ich genauso wie du. Ich veröffentliche meine Bilanz im Internet, das ist mir scheißegal. Was habe ich da zu verlieren und zu verstecken? Und wenn wir schon dann auf Klarheit und Wahrheit immer so ausgehen, was ja immer so protegiert wird und Rechtsstaat und bla bla bla, dann muss ich sagen, das wäre doch mal so ein Beispiel, wo man den Menschen wieder ihre Rechtsstaatlichkeit zeigen könnte. Wenn wir sagen, gleiches Recht für alle, zack, jetzt legen wir mal offen, wer was hat und so. Aber dann verstecken wir uns hinter einem Pseudo-Datenschutz, der, du hast es vorhin gesagt, der von keiner der Mächtigen mehr eingehalten wird, die interessieren sich einen Mist da drüber. Deswegen sage ich ja auch, diese ganzen Farce-Geschichten, die gemacht werden. Und das ruft ja immer mehr den Unmut der Leute. Ich unterhalte mich viel, du unterhältst dich viel. Was sagen die Leute? Ich habe langsam keinen Bock mehr Steuern zu bezahlen, weil das, was mit meinem Geld gemacht wird, da stimme ich nicht zu. Und ich will nicht da Mitglied sein und da unterstützen. Am Schluss stellt sich raus, das war gar nicht für die, das haben die hinten rumgenommen und haben wieder was ganz anderes gemacht. Das heißt, der Mensch wird sich langsam gegen die Systeme stellen, weil er sich dessen überdrüssig ist. Und es werden ja immer mehr die Dinge, jeden Tag liest ihr einen neuen Skandal, wo wieder irgendwas ans Tageslicht gekommen ist. Und es hört ja nicht auf, wenn wir jetzt gerade mal nach Frankreich gucken. Es geht ja wieder Frank ab. Es hört nicht auf und natürlich ist dann Russland immer wieder mit im Fokus, dass ja auch, wenn dann die eine Geschichte sich als gescheitert, MH17 herausstellt, muss die nächste hergenommen werden. und da geht man ja auch fröhlich über Leichen, das ist gar kein Problem. Nemtsov, herrlicher Fall, ein Oppositioneller, der, wie selbst Oppositionelle in Russland sagen, weder für Putin in Gefahr gewesen ist, noch innerhalb der russischen Opposition lebend eine Rolle gespielt hat. Als Opfer war er großartig. Das hat er sogar angekündigt. Es gibt eine Talk-Diskussion, ein Talk zwischen ihm und Putin, wo Putin ihm auf den Kopf zusagt, sie müssen aufpassen, dass nicht sie aus ihren eigenen Reihen mal liquidiert werden. Und wie wird man das dann in die Schuhe schieben, damit hier wieder die nächste Show gemacht wird? Auch da denkst du natürlich, ich meine, wenn die Medien, es ist dann einfach nur noch nur noch köstlich oder tragisch. Wenn man dann etwas näher hinguckt, also wir haben eine Situation, wo jemand, der ein langer Discogänger gewesen ist, üblicherweise in dieser Nacht, auch zwei Uhr, drei Uhr nachts aus der Disco mit seiner wunderschönen Anna rausgekommen wäre. So, jetzt ist er aus irgendeinem Grund schon um 22.30 Uhr rausgegangen. Was, das ist nachher wichtig, lustig ist dann Folgendes, er wird liquidiert, durchsiebt von Kugeln, seine Frau, oder seine Begleitung, eine sehr attraktive Lady aus dem Rotlichtmilieu, hat nicht einmal eine Verletzung. Also man hat sauber um sie herumgeschossen und das, was die wahrscheinlichste Lösung ist, ist, dass es sich auch in der Tat um eine Eifersurtsgeschichte, Rotlichtmilieu-Geschichte handelt, wo ich natürlich die Frau, die noch gebraucht wird, oder die geschützt werden soll, wo einfach nur der Lover beseitigt werden soll, unverletzt lassen muss und lasse und er, der da irgendjemanden gestört hat, einfach beseitigt wird. Das ist die wahrscheinliche Geschichte. In derselben Nacht wird halb Moskau plakatiert, die Aufzüge, das ist noch so eine UdSSR-Tradition, mit Plakaten, der Bürgerkrieg hat jetzt Russland erreicht, zum Tode von Nemtsov, wird mit der Formulierung, als er nachts aus der Diskothek kam, das heißt, der Input war schon vorher da, bevor er überhaupt erschossen wurde, denn diese Geschichte zu schreiben, zu drucken und in Hunderttausenden von Moskauer Fahrstühlen hinzukleben, ist in wenigen Stunden gar nicht machbar, ist einer, ich habe einen entsprechenden Vorlauf. Und dieses Mädel, es ist sehr attraktiv, keine Frage, aber ein bisschen dämlich insofern, als sie hat dann einen Post gemacht und dieser Post, da bedauert sie und ist traurig und völlig verzweifelt über den Tod und über ihren persönlichen Verlust, das Dumme ist nur, wenn ich das poste, postet Google die Info mit, wann es gepostet wurde und sie hat es am nächsten Morgen gepostet und dann, wir haben den Screenshot bei uns auf der Seite, auf Russisch steht dann da drauf, gepostet vor drei Tagen. Das heißt, sie hat drei Tage vorher gewusst, dass ihr Lover niedergemäht wird und wenn man dann noch vermutet, dass der russische Geheimdienst einer Lady aus dem Rotlicht-Milieu drei Tage vorher sagt, du wirst mit dem spazieren gehen, dir passiert nix, den schieß mal ab und dann, jetzt schreib schon mal deine Traurigkeits-Post, dann kann man nur sagen, also, wer das dann noch glauben mag, das ist verlierer Schwachsinn. Also, man sieht ja bei all diesen Dingen und das zieht sich ja wie ein roter Faden durch die letzten zehn Jahre so durch, all diese False Flags oder diese verdeckten Operationen, die gemacht wurden, heute Charlie Hebdo, weißt du, was mich an der Sache aber so stresst ist, denken die wirklich, die Masse der Leute sind blöder? Die müssen das ja denken, weil allein Hebdo, diese Szenen mit dem Auto, einmal schwarze Spiegel, einmal weiße Spiegel und dann, also, wenn sie nur noch intelligente Abschießer nehmen würden, aber es war ja so grotesk, wo die gelaufen sind von den Polizisten weg, dann läuft der eine wieder hin und läuft wieder zurück, also vollkommen unsinnig und jetzt müssen wir ja auch wissen, unter welchem Stress die stehen. Wenn du mal mitten in der Weltstadt mit der Kalaschnikow rummarschierst und legst ein paar Leute um, ist es ja nicht so, dass du keine Angst haben musst, dann musst du jeden Moment damit rechnen, dass Spezialeinheiten kommen und was alles dazugeben. Und die sind da so rummarschiert, als wären es Schauspieler, als wären die da mal hinstehen, dass sie mich gut sehen, jetzt muss ich wieder da rüberlaufen und ein bisschen in den Duft schießen oder was. Kommt da nicht oder noch viel, viel schlimmer ist für mich dann, dass das sich ja bis in Justiz und Polizei hineinzieht, dass man einfach einen Chefermittler, einen Kommissar geschwind selbst morden kann, um da das Spiel weiterzuspielen und selbst Polizeibehörde, Kollegen, also ich wüsste nicht, wenn ich jetzt mitkriegen würde, dass mein Kollege da so um die Ecke gebracht wurde, ein Polizist, der seit 20 Jahren seinen Kopf hinhält für die Menschen und für die Gerechtigkeit und für Recht oder so und dann nichts sagen, also da würde mir der Hals platzen, das wäre für mich und denkbar. Du merkst an den Reaktionen, das, was dann eben die Fleischhauer aus dieser Welt und andere Vögel dann so bekreinen und beweinen und als Shitstorm empfinden, zu Recht empfinden, dass die Menschen in den Foren, in den Chats, im Mainstream eine solche Prügel veranstalten, wenn solche Artikel und ein solcher Unsinn gesendet oder geschrieben wird. Also, ich glaube oder ich bin zutiefst sicher, dass die Masse der Menschen bei uns schon sehr viel weiter und sehr viel wacher und sehr viel aufgeweckter ist und dieses ganze Spiel durchschaut. Sicherlich auch etwas ein Stück weit resigniert, ja, angesichts der Macht und des Geldes auf der anderen Seite, aber auf der anderen Seite ist es so, dass die Äußerungen der Leute dann dort inzwischen an Deutlichkeit nichts mehr zu wünschen übrig lassen. Wir haben das jetzt gesehen, das ist jetzt die allerneueste und jüngste Geschichte und da fasst dich auch wieder nur noch an den Kopf. Also, es ist schon vor einem halben Jahr gefordert worden und wird jetzt umgesetzt um das Eindringen sogenannter russischer Truppen in die Ukraine zu verhindern, soll dort ein Zaun gebaut werden. Nun ist die Ukraine nicht ganz so groß oder ganz so klein, um es jetzt mal, sie ist ein ziemlich großes Land und hat eine ziemlich lange Grenze. Wir reden also hier von einem Zaun aller Zonengrenze, der zwischen diesen beiden Staaten gemacht werden und gebaut werden. Das, was Amerika gegenüber Mexiko gemacht hat, so drei Meter hohe Mauern, Zäune, was wir aus DDR, BRD kennen, all diese Nummern. Das Spannende bei der Geschichte ist jetzt zweierlei. Das Erste ist bei dieser Sache, jetzt sind die auch so blöd, diese Journalisten und bilden den Zaun ab, zeigen also Fotos von dem Zaun. So, und jetzt wird's hochinteressant. Wenn ich einen Zaun mache, bei dem ich verhindern möchte, dass von A Leute in das Land B oder in die Region B illegal eindringen. Ist dieser Zaun, sieht der so aus, hat dann eine 45 Grad Wicklung, hat dann hier oben seinen Stacheldraht gewickelt, um den Menschen, die Menschen zu verhindern, um die daran zu hindern, dass sie von A nach B marschieren. Richtig. Der Zaun ist aber nach innen so gewinkelt. Das heißt, es wolle verhindert werden, dass die Ukrainer zu den bösen Russen marschieren. Er ist genau umgekehrt gebaut. Ach, das erinnert mich doch an die DDR, die haben den Zaun auch gebaut, gegen die westliche Imperialismus, aber er war so gerichtet, dass die von der DDR nicht in die BRD konnten. Nicht umgekehrt. Den selben Zaun gibt es, du hast es angesprochen, in Mexiko, den selben Zaun gibt es zwischen Nord- und Südkorea und den selben Zaun gibt es, und wenn du dir das anschaust, dann wird es dann richtig gruselig, den hast du auch bei Auschwitz. Da ist natürlich nicht das Eindringen von außen verhindert worden, sondern das Verlassen eines KZs durch die Häftlinge nach draußen. Und das ist genau das, was die jetzt bauen. Und bezahlt wird der ganze Kram durch die EU und gefördert durch die EU von einer Merkel, also mitbezahlt, die verantwortlich ist damit für eine Politik als ehemalige DDR-Bürgerin überhaupt nur in ihrem Job sitzen darf, weil es diesen Zaun nicht mehr gibt. Und jetzt wird derselbe Zaun mit ihrer Unterstützung, mit ihrem Geld aufgebaut um die Ukrainer und der ganz normale reale Hintergrund ist, es gibt schon zwei Millionen Ukrainer, die sagen, sind wir denn blöd uns hier für die Amerikaner, der Chef des ukrainischen Gaskonzerns ist der Sohn des amerikanischen Außenministers. Wer da das Sagen hat, ist völlig klar. Der amerikanische Oberbefehlshaber ist, also der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee ist ein Ukrainer. Das Gold der Ukrainer ist in Sicherheit gebracht in die USA. Das Gold der Sküten, unermesslich wundervoller Goldschatz, ist zur Sicherheit weggebracht in die in die USA. Dieses Land wird ausgeplündert. Sie wollen den ganzen Osten wegen unglaublicher Bodenschätze zum Fracking Freigeben. Also es geht überhaupt gar nicht. Und zwei Millionen Leute, Klasse, Klasse Nummer. Zwei Millionen Leute haben, Ukrainer, haben jetzt schon das Land verlassen, werden von den Russen freundschaftlichst, kameradschaftlich, mit offenen Händen empfangen und haben natürlich keinen Bock, sich abschlachten zu lassen für eine Putschisten-Regierung, die nur den Job des großen Geldes in den USA macht. Deswegen ist der Zaun nach innen gerichtet. Das ist ja alles. Das merkt natürlich jeder. Unfassbar. Okay. Da fällt dir, das ist eigentlich, mehr fällt dir zu dem Thema dann auch nicht mehr ein. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber in das Thema gut hinein passt noch ein ganz tolles Datum. und zwar der 15.04.2015. Das heißt, die Geschichte hat ein paar Jahre zurück am gleichen Datum den sogenannten Vier-Mächte-Vertrag gemacht, der dieses Jahr am 15.04. ausläuft. Jetzt ist die große Frage, was passiert? Tritt Russland in die Rechtsnachfolge der Sowjetunion ein? Weil das ist ja immer noch so eine kritische Geschichte. Und wenn der Vertrag aufgehoben wird, gibt es eigentlich die BRD nicht mehr. Wir haben uns damit beschäftigt jetzt. Wenn der zurück abgewickelt werden muss, würde die DDR wieder existieren und es müsste genau umgekehrt sein, wie es vorher war. Und der größte Gag an der Nummer ist ja, dass in dieser gesamten Vier-Mächte-Geschichte in diesem ganzen Vertragskonstrakt zum Beispiel ja auch ein paar Dinge aufgetaucht sind, eigentlich hätte ja müssen in der DDR eine Volksabstimmung abgehalten werden zur Wiedervereinigung. Wurde nicht gemacht, ist natürlich ein Grund, das Ganze eigentlich für unrechtmäßig zu erklären. Die große Frage wird jetzt sein, was passiert, wenn dieser Status aufgehoben wird, wenn dieser Vier-Mächte-Vertrag endet? Der Schlüssel liegt bei der Geschichte in Moskau. und das Wichtige und das Wichtige und die wirklich auch gute Nachricht in dem ganzen Zusammenhang ist, dass inzwischen so, ich sag mal, 3D-mäßig und diesseitig das auch klingen mag, aber die russische Waffen- und Militärtechnologie der amerikanischen überlegen ist. Wir haben den Fall mit dem riesengroßen Truppentransporter, den die zwei russische Kampfflieger komplett elektronisch lahmgelegt haben, die Donald Kuck, die ist da rum rumgeeiert, völlig orientierungslos und der in Georgien waren es die Russen, die die amerikanischen Flugzeuge abgeschossen haben, trotz amerikanischer Piloten. Der Schlüssel liegt in Russland und wir haben bei dieser Entwicklung als Deutsche die große Chance, endlich aus dieser Westbindung hätten die Chance rauszukommen, deswegen muss das angesprochen werden und in eine Partnerschaft mit Russland zu kommen. Das wäre auch meine Vision, nach 100 Jahren Terrorismus der USA der ganzen Welt gegenüber muss das ein Ende haben und da hat George Friedman recht, der Schlüssel, es liegt in Moskau und in Berlin. Michael, ganz herzlichen Dank für die vielen tollen Ausführungen und wieder für die nette Sendung, die wir gemacht haben. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und wir haben auch noch eine Kooperation vor, aber das verraten wir jetzt noch nicht. Liebe Zuschauer, Sie haben es wieder gehört, fangen Sie an kritisch zu sein, fangen Sie an, sich alternativ zu informieren. Diese ganzen Informationen, die Dr. Michael Vogt uns heute wieder vermitteln konnte, sind wichtig zu wissen, um sich frei entscheiden zu können. Und wie sagte immer Ivo Sasek, der Mensch hat ein Wahrheitsgen, das aber nur funktioniert, wenn wir alle Informationen zu einer Sache besitzen. In diesem Sinne, einen schönen Abend und eine gute Nacht. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Swiss Harmony, Ihr Hausharmonisierer. Die Sendung wurde Ihnen